Hey, liebe Trouble-Terrorist-Town-Freunde und willkommen zurück zu einer wundervollenden Party, in welcher ich Detective bin. Mit den nächsten Verdächtigen. Meine Güte! Mit den üblichen Verdächtigen. Meine verfickte Fresse nochmal. Das kann doch nicht so schwer sein. Ja, aber Mock hat doch schon die Anmoderation gemacht. Hey, Dicki! Dicki, USK12. Oh, nein! Wave! Wave! Hey, Muggi? Hey, Mavarino! Warte, warte, warte! Da kommt jemand! Okay, komm! Okay, Baseball-Schläger-Kampf! Nein! Nein! Oh, shit! Nein, ich bin auf die Laterne gelandet, aber es hat nicht gereicht. Du bist voll gegen die Laterne geklaut. Alter Schwede! Alter, man hat da den ziemlichen No-Me-Air-Control, möchte ich mal in den Raum werfen. Oh, nein! Alter! Fuck, nein! Ich wusste doch nicht! Nein! Nein! Oh, fuck! Oh, mein Gott, ey! ... Nein! Ich hasse dieses Spiel! Ah! Was? Rettet wir euch, du! Er lernt es nicht, ne? Er lernt es einfach nicht! Oh! Was ist hier passiert? Oh shit Oh shit Lauf Hietchen, lauf so schnell du kannst Oh das ist Connel, das ist gut Oh Gott Wo bist du denn? Weiß ich nicht Ich hab halt ein Problem Weiß Moment, das ist dumm Gib mir Kraft, Bruder Nimmst du das zu Connel oder auch der Clay noch? Äh, Warner lebt da auch noch Du F***er Ach, Maeve Boah, hat er mich erschrocken Ich hab noch nicht, Alter Okay Warte, warte, Hilfe Ich bin ready, wo bist du? Oh, ich hab ne Waffe, ich hab ne Waffe Hä? Wieso bewegen wir das? Oh nein, du hast Reki erwischt Nein Komm ich mal weg hier Tschüss Warte, warte, warte Mann Sag dem Hocker, dass ich sie liebe Oh, Mann Hey, Hocker Ihr habt ne Scheibe kaputt gemacht Oh Gott Ich hab mich mit einer Trilterfalle getötet Das war wohl clever Wisst ihr, wie ihr meinen Kopf gefickt habt? Ich hoffe, ihr ziemlich hart Ich stehe hier auf einmal Stichst du gerade bei der Leiche, Maeve? Nein Hey, Maeve, ich stehe hier, ne? Auf einmal geht hinter mir die Scheibe kaputt Und ich sehe, wie die Stühle hier rumspringen Das war wirklich Bis ich gecheckt habe, was passiert ist Ich bin ne Pflanze Wie komme ich denn wieder raus aus dem Objekt? Er wird erst ja gehen Oh, Steuerung 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 Ich hab so lange gebraucht, um ne Waffe zu finden Weißt du, ich mach hier die Tür auf und schnell Ja, in Matchmaps ist es irgendwie echt schwer, ne Waffe Weißt du was? Danke auch nicht Jetzt ist es vorbei, jetzt wird hier gebomst Oh, du hast die Musik umhaut? Alter Wo läuft Musik? Hier, mein Haus Keine Ahnung Was ist das dein Haus? Weil er das gekauft hat, von seinen Eltern geerbt, keine Ahnung Wie unentspannt, Jodie, wie das ist Warum ist das dein Haus? Hey, ist ein PC, warum schlafzimmer? Das hat letztens einer auch in der Koffie geschrieben Du musst Lieferhältnis besitzen, um dazu bestellen Das reicht, wenn du da angemeldet bist Das hat Johnny geschrieben Nee, das hat Keggy geschrieben Da war Keggy unentspannt Man muss sich da noch nicht mal anmelden, glaube ich Nee, muss man auch nicht Was war das? Juhu Ey, Mock über dir Ich hab's schon gesehen, Riki Das machst du ganz toll Gut gemacht, Riki Okay, was geht hier ab? Scheiße ... Alter... Übersetz ihn, schauen was er war Männlein oder Weiblein Was macht ihr dann mit ihm Alter? Okay, passt auf Pack ihn auf dem Fahrer ins Auto Vorsicht Auto Das Auto hat einen Unfall gebaut Was ist das denn? Hier hat jemand etwas vor das Auto gelegt, damit du stehen bleibst Loll Okay, passt auf Ich hab's mit sechs Leben überlebt und bin durch die halbe Stadt geflogen. Ich konnte nicht mehr ausweichen. Aber Maeve, du bist an meiner Granate gestorben, oder? Ja, ich glaub schon. Immerhin. Hast du die nicht gesehen? Nee, die hab ich gar nicht gesehen. Die hat mir bisher kein Glück. Irgendwie sterbe ich in den ersten 20 Sekunden hier. Du musst vor den Autos aufpassen. Nein, das erste Mal hab ich... Du musst nach rechts, nach links und dann wieder nach links blicken, bevor du die Straße überquerst. Ich stand auf der Straße und dachte mir, ein nices Auto fährt nicht und auf einmal kommt das. Wieso denkt man das? Was lag denn da für eine Rolle unter dem Auto? Weiß ich nicht. Das war so ein Wasserspender. Den braucht man, um Wasser zu spenden. Haben wir gerade nach fünf Minuten Preparing? Geht doch nicht. Oh, wir haben so viel Zeit, wie du willst, Schätzchen. Mensch, du musst nach links und nach rechts gucken, Mann. Hi, Mock! Warum wolltest du auf mich diesen klicken? Hi, Mock! Vorne wie immer. Hi, Rikki! Spiel mir auf der Straße! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh! Jemand hat von da aus dem Haus ne Schildkröte. Ich glaube, Mock ist tot. Pulli! Pulli wurde von Schildkröten gejagt. Ja! Böse Schildkröten. Come on, Bunker, Jungs! Nein, nicht zu mir kommen! Oh shit! Hey, ihr Schildkröten, ich mach euch extra den Ghoulie auf! Alter! Es geht von hier unten nicht! Was ne Scheiße! Traitor! Johnny, du bist doch der Traitor, oder? Nee, Johnny ist detective. Okay, Pulli ist... Ach, er ist Detective! Ich hab Johnny die Runde noch gar nicht gesehen. Okay! Weiß ich nicht, wer mir vertraut wird. Wo war denn hier dieser Scheiß Raum? Na, komm hier wieder ab. Gebt ihr noch? Nee, die ist tot. Oh, ich bin auf der Straße, Alter! Nee, mach doch! Nee, da ist Maeve! Ja, hier sind überall Schildkröten, pass auf! Okay, wenn ihr beide, wenn ihr beide... Also wenn Johnny und Maeve äh... Wieso von Maeve, haben wir keine Ahnung. Ach, hier sind die Scheiß Schildkröten. Aber er war doch gerade von Schildkröten angegriffen, eventuell. Ja, obwohl das heißt nicht. Fuck, fuck, fuck! Von wo? Ähm... Von, 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 okay. Was ist denn das? Ich seh den Namen ja nicht. Das war Fully, das war Fully. Ich geh hin, ich geh hin. Aua! Hör auf, hör auf, hör auf! Du hast Fully abgeschossen. Ja, weil er, weil er gerade auf Fully geschossen hat, weil er Detective war. Hör auf, hör auf! Nein! Hör auf! 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 Oh! Wann schrieb dich nicht kurz, wenn du warst. Hör auf! Hör auf! Hör auf! Ich möchte gern beichten. Was willst du beichten? Ich bin innocent und ich hab Pulli getötet. Haut ihn! Okay. Haut ihn! Ich bin noch nicht der Detail... Wow! Was? Das bedeutet aber auch, dass... Ey! Oh shit! Mann, ich muss genug in der Luft schießen. Ich hab's noch schaffen können. Johnny, bist du tot? So. Jetzt möchte ich mich noch Riki wiederfinden, weil der hat noch ein Home Run Bet, der funktioniert. Oh, oh. Alter, so ein ekliger... Ich sag noch so, Malfe hat auch ein Home Run Bet. Helf... Alter, Malfe, du hast mich mit dem Home Run Bet erwischt, oder? Ja, aber... Ich hab den genau in dem Moment auch so einen Disco-Komponator geworfen. Ich dachte, der hätte mich so halt weggesteutert. Äh, was ist das... May, was ist das für ein Symbol mit dieser Fake-Leiche, wenn du angeschossen wirst? Äh... Diese goldene Uhr. Die goldene Uhr. Aber wir sollten mal ein bisschen besser spielen und uns nicht immer die ganze Zeit aufteilen und die Traitor machen lassen. Die Uhr ist halt ein bisschen OP auch, finde ich. Du hast mich ziemlich gut erschreckt mit der Uhr. Ich dachte so, was? One-Shot? Kann ich sein? Geh hin, die Leiche verschwindet. Fuck. Großer Gott. Ich hab mich selber erschrocken, weil ich nicht mehr daran gedacht wollte, dass ich sie hatte. Ähm... Das sollte, glaub ich, nicht so aussehen. Wo? Guter Start, Clay. Ja. Wieder war ne Tür! Wieder ist ne Tür! Komm wir wieder? Ich denke schon, ne? Na, wir kommen gleich wieder. Was hast du da? Auf! Iiiiih! Hier ist Piss in der Toilette! Iiiiih! Wie ungewöhnlich! Alter, schnell raus die Kone! Hört irgendjemand Johnny eigentlich noch zu? Ja! Ich bin Detective! Ich hab's versucht, aber meine Augen sind echt müde, ich hab auch nicht so viel geschlafen. Und meine Augen sagen sich, oh, ich bin so müde. Klingt ein bisschen wie Fully. Ja, klingt ein bisschen wie Fully. Ja, klingt ein bisschen wie Fully. Ihr hört mir jetzt alle zu. Richtig, was los! Ja, wir hören uns. Schau den nicht. Iiiih! Die Toilette ist richtig eklig! Bah! Iiiih! Iiiih! Der schießt auf mich? Nee, der schießt auf dich. Wirst du nicht verarschen, Ricky. Der hat auf die Wand neben mir geschossen. Achso. Ja, aber wenn du in den Schuss reinläufst, dann ist es nicht meine Verantwortung, verstehst du? Ich meine, ich schieß nicht auf dich, aber wenn du in den Schuss reinläufst... Shit. Also ich schieß ja nicht auf dich, aber wenn du in den Schuss reinläufst, dann weiß ich auch nicht genau, was hier... Dann bin ich dafür nicht verantwortlich. Was machst du, Clay? Warum hast du eine Pistole in der Hand? Bist du Traitor? Was, wenn ich Traitor wäre, was willst du denn machen, Maeve? Fully schießt auf mich! Fully! Fully, hör auf damit! Haben die auf ihn geschossen! Okay. Wo ist Fully hin? Achso. Fully? Wo bist du? Ich hab Ricky hier gefunden. Meine Waffe! Er ist innocent. Man kann ihn übrigens auch machen, oder? Bin ich jetzt komplett behindert? Eventuell? Wuuuuh! Hey, Fully, hast du jetzt Ricky getötet? Maeve, wir gehen aufs Abenteuer! Nein! Maeve! Verfiss dich! Maeve! Ja, ich glaub Fully war's! Maeve! Ja, ich hab Fully getötet! Ich hab das Gefühl, mein bester Freund ist weg! Ui! Maeve! Und Maeve geht's auch nicht gut! Oh nein! Ich hab doch nur den... Hast du schon Fully gefunden? Äh, ich hab Fully getötet, wieso? Okay, weil, ich glaub, er war's später, oder? Ja, tut mir leid, dass ich deinen Freund getötet hab! Ja, das ist halt... Es ist halt echt ein Unding von dir, ne? Wo bist du denn? Ich hab grad Moki getötet. Wo bist du denn? Hä, was ist denn hier passiert? Sieht das bei euch auch so aus? Oh! Oh nein! Wow! Wow! Seht ihr das Haus neben dem mit der Baustelle? Wow! Da sieht man, wo ich gestorben bin! Gordon, wow! Ähm, das hat beim... Warum hat die Uhr bei mir nicht funktioniert? Weil... Was? Der Blutfleck! Seht euch den Blutfleck an! Du musst die in die Hand nehmen und, äh... Ich glaub links klicken, damit die aktiviert. Ah! Quizfrage, wie ist das passiert? Ich muss mal anmerken, Mavon... Äh, du woll... Das war... Das war... Das war ein gut gewinnt. Weiß ich was, Detective Vorsorge, hat's vielleicht, äh... Hat's vielleicht, äh... Hat's vielleicht, äh... Den, äh... Äh, äh... Ja, richtig! Ich war grad voll am Struggle, auf das Dach zu kommen und fährt einfach erschossen. Hug ihn, Johnny! Ohohohohohohoho! Ähm... Der Struggle is Real! Wo kam denn das Auto her?! Ja, das kam von da... Ah, ihr lernt es auch nicht. Können wir bei TTT nicht alle Maps so umeditieren, dass die, äh... Huge nicht mehr drin ist? Diese Fuck-Waffe... Ich mein schon... Niemand mag die huge... Meine Güte! Niemand mag die huge... Kann ich einmal hier vernünftig mal mitspielen? Ich habe Gläfon genau mit huge getötet. Keine Waffe... Keine Waffe... Das war ziemlich gut, um mal eine Wohnung aufzuräumen, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, aber pass auf, dass du mich... Ah, pass auf! Ja. Hier kannst du meine Waffe haben. Ey, Clay, kannst du mir helfen? Kannst du mich über die Straße legen? Ja, na klar. Als du in die Tür geguckt hast und die Pisse gesehen hast, ist dir nicht die Wurst aufgefallen, die da nur drinnen liegt? Sag mal, habt ihr ein Restaurant hier gefunden? Das klingt nämlich ziemlich köstlich. Ich wusste ja nicht, Mock, dass du auf solche Sachen stehst, aber okay? Ich wohne wahrscheinlich darüber. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das die Toilette war. Ne, 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 wo bist du denn? Oh, wärst du denn da in den Goliathusang? Flasht, genau, da rein. Warum? Oh, Auto, Auto! Alter, Melv, komm mir nicht zu nahe. Ich bin Detective, entspann dich. Das wollte ich nicht, das tut mir leid. So, hier komm, da wickst du jetzt mal rein. Alter, wo bin ich hier gerade? Ich bin bei dem Mock. Ich guck mich zu und gönn dir die geile Erbsensuppe mit Bratwurstbeilagen. Rikki, wir sind auf der Suche nach Bratwurst. Oh, ich hab Bock auf Bratwurst jetzt. Ich auch, ich hab gehört, das ist ne gute Suppe, die wir hier sind jetzt gekommen. Mir wird ganz schlecht. Sind die noch da unten, oder? Ich glaube, dass Rikki der Traitor ist, die den Keggy machen müsste. Sind die noch da unten? Hallo, Märesbewohner! Woher sollen wir das wissen? Wir sind angekommen! Gute Grüße aus der verwurrten Apfelwelt! Fully, Fully! Hä? Was? Nein! Wer hat da der Bratwurstkanate geworfen? Nein, das war nicht Fully, das war Johnny. Alter, Rikki, komm mal hier rein, das ist jetzt ein Wohnzimmer. Couch oder Sessel? Couch. Was ist hier passiert? Jetzt bin ich auf dem Sessel. Auto, Auto! Warte. Alter. Schon wär Keggy. Fuck! Warte. Ich hab hier auch noch nen Fernseher da. Kann jetzt mal... Nice! Oh, ich hab so nass Angst. Warte, ich mach mal das Fenster weiter auf. Oh, warte, ich mach das auch noch auf. Und das? Und das? Und das? Ist ja ein bisschen stickig hier drin. Wo Johnny? Ist ja stickig! Wo Johnny? Aber du bist ein leichter aufhauen, ne? Was macht den da eben? Warte, ich mach's mal per Hand auf. Warte, ich hätt auch noch ein bisschen da. Tötet. Johnny lebt noch. Alter, Reggie, wir haben hier ein Auto... Oh Gott. Ne, Moment. Da geh ich besser nicht rein. Das hat keinen guten Abfluss. Wenn's da regnet, dann läuft alles voll. Ja, komm mal her. Ja, komm mal her. Schnell, ich hab die Bratwurst gefunden. Schieß nicht. Oh mein Gott. Mach mal. Warum soll ich schießen? Einfach einfach... Mach mal. Meif ist Detective. Meif ist Detective. Mach... Reggie will's mal abbeißen. Meif! Ich hab Johnny gesehen. Johnny? Was hab ich denn gemacht? Oh, wenn du die hoch nehmen kannst jetzt, ne? Oh, wenn ich... Ah! Cle, hör auf! Ich hab schon versucht, Reggie, es klappt nicht. Aber warte, lass ich mal das Fenster hier aufmachen. Ah ja, das Fenster. Lass mal das Fenster aufmachen. Ah, ich dachte so bist du. Ich glaub, wir verpassen Emmas, Mog. Kann das gerade sein? Nein! Das ist Zahnpasta und zwei Zahnbürsten. Wir können uns die Zähne pusten, bevor wir rausgehen ins Getümmel. Lass das mal machen, lieber. Okay. Tschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschsch Hey, da läuft hier jemand. Der ist bestimmt Traitor. Hallo? Er war Traitor, wo ist er hin? Krieg hier aber wirklich Traitor, wo ist Flashy? Warum nenne ich ihn Flashy? Der liegt hier noch, aber der hat ja den Home-On-Bett gehabt. Hä, aber warum hat er angefangen zu rauchen? Sag mal, rauchst du heimlich, Johnny? Komm mit, also nicht wundert, ich habe den Home-On-Bett in der Hand von ihm. Also ich weiß, ich weiß. Wir finden den anderen Traitor noch. Guck mal, hier ist auch eine Bratwurst. Gut, ich habe mich gerade schon ein bisschen hochgefühlt. Oh, hier ist das Haus, wo ich meine erste Waffe weggeworfen habe. Der Schreik will nicht aufgehen. Warte, ich probiere es mal. Oh. Oh. Ähm, Mock? Das weiß ich nicht. Mock, komm mal hier rein. Nein. Ich bin ja gerade mit meinem Home-On-Bett den Schreik zerstellt. Ja, aber wer hat da durch die Scheibe reingeschossen? Oh shit! Was denn? Oh Gott! Baran-Granade. Kann eigentlich nur noch Korne sein. Ich weiß nicht. Nee. Nur mit Munition, okay. Wo ist Korne? Er ist irgendwo da drüben im Haus, da wo ich hinschieße. Ich laufe schon mal vor. Da vorne läuft er! Wo? An der Ecke. Nee. Welche Ecke? Okay. Okay. Er ist hier am Bau. Schnell komm her! Okay. Cornelius von... Was hab ich noch passt? Achso, das ist Kornel, der da entlang geflogen ist! Ich kann mit dem Mellen-Launcher nicht schießen. Ich weiß nicht. Ja, da fällt's ja runter. Er schießt auf mich und ich mach ich die ganze Zeit ganz schön aus, Bob. Riki, ich muss sagen, das war ne 1A-Runde. Team Super-Mega-Geil scheint wieder am Start zu sein. Ja! Jetzt flou mich! Ja! Extrem! Extrem! Auto, komm, flimm mich um! Komm, Auto, ja! Aber Riki war ziemlich suspekt, würde ich mal behaupten. Ja! Er ist tot. Ich weiß nicht, wenn du mit jemandem Fernseher geteilt hast, dann kann ich ja nicht mehr so suspekt sein. Es ist übrigens die letzte Runde jetzt. Und es war ziemlich stickig und deswegen haben wir das Fett aufgemacht. Es war vielleicht so stickig wie ne Bratwurst. Möchtest du mal anmerkend? Das war ne sehr deftige Mahlzeit. Ich mag ihr deftig. Ich habe mich mal merken, dass mir die Map so gar kein Glück gebracht hat bisher. Irgendwie sogar ClayTee. Nie Glück, nie Glück. Oh mein Gott. Claire habe ich auch einfach so getötet. Einfach so. Einfach so. Ich mach den Woll oder ich werd nie Trader. Ja, das Traitor tutet ihn. Ja, das Traitor. Traitor-Tester, ja, oh hello. Wo haben wir den Traitor-Tester? Ich lass mich testen, kein Problem. Oh Scheiße. Ja. Oh, was, was, was? Wer liegt da hinter mir? Cornel, bitte. Es ist der Johnny mit dem hinterhaken. Also Pulli, Pulli, wir müssen ganz kurz sprechen. Ja, es ist Johnny, deswegen schießt er so seltsam. Ich hab's jetzt beobachtet, ne? Ja. Möchtest du mir sagen, dass du nicht im Traitor-Shop warst? Hä? Ich hab mich hier umgeschaut, ob hier Waffen sind. Ich hab hier nur die eine Waffe hier. Wow, Maeve? Ja? Das war wohl so hin. Wer ist denn da so gut gesprungen? Hast du's gesehen? Das ist Johnny. Hab ich geschossen? Hab jemanden gefunden? Er übte doch. Okay. Ricky. Er bräuchte Crossbow-Stütze. Ah, Ricky war jetzt kein Traitor der Arme. Hier Traitor. Rein ich nicht rein. Ah, stimmt. Ich bin ja nicht so dumm wie Pulli. Ist Pulli schon wieder tot? Hey. Oh nein, dieser nicht. Mein Schlescher hängt bei mir in der Luft irgendwie. Das Buch. Hey, Johnny. Soll das eigentlich gar nicht mehr? Dein Misstrauen hier. Ich überprüfe dich nur. Ja gut, überprüfe mich. Sei froh, dass wir, ne? Sag mal, Johnny, du weißt, dass du infektiv bist. Du kannst auch mal irgendwas wützliches machen. Da hätte man nicht einfach abgeholt, Alter. Nein, Johnny, du bist, äh, okay. Achso, du hast die Tür zugemacht. Hallo? Tür? Wo zielst du hin, Clay? Ich find Conne suspekt irgendwie. Er stalkt mich so. Ich auch. Es gefällt mir nicht, Conne. Bitte unterlasse das, okay? Mir ist lieber, wenn du mich nicht beobachten würdest. Du hast so'n süßen Popo vor dir und ich mag's, wenn du... Alter! Und du bist noch unschuldig, wenn du verstehst. Ja, das ist interessant. Der Teil soll auch bitte unschuldig bleiben. Warum läufst du mit daher? Aber ich kann doch mal reinlunzen einmal kurz, oder? Nein, bitte nicht. Das ist mir echt ziemlich unangenehm. Hör auf. Nur mal kurz Motorboot fahren. Brrrr. 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 Wow! 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 Kein Motorboot für mich. Aber ich möchte doch nur Rektal in dein Anal. Ich verstehe. Was ist das denn hier, Alter? So schnell gewonnen. Wie viele Leute leben eigentlich noch? Hallo? Ich geh erstmal ne Runde durch. Ich geh erstmal ne Runde durch. Ricky liegt hier am Tunneleingang. Das sieht halt ziemlich so aus, als ob er von einem Auto überfahren wurde. Und ich hab Angst, ihn zu überprüfen, weil da fahren Autos. Überprüf ihn. Nein. Da fahren Autos. Hab ich echt Angst. Ja, aber doch nicht die ganze Zeit. Du musst rauchen. Ja, ich weiß. Nimm ihn doch mit dem Magnetstick da weg oder so. Also nehmen nur noch Fully Maeve und ich und ihr seid beide Traitor oder was? Sagt dir der Traitor. Sagt dir der Traitor. Maeve, traust du ihm irgendwie ein Wort? Ich mein, er hat mich die ganze Zeit gestorben. Trau dir nicht ein Wort. Du kannst mich mal! Maeve, bitte! Ich hab dir noch nie getraut. Wir haben Spiele zusammengespielt. Als ob du mir noch nie getraut hast. Du hast mir so viel beigebracht, Maeve. Wir haben so viele Nächte miteinander verbracht. Maeve, bist du es wirklich nicht? Ich bin es wirklich nicht, ja. Hast du irgendwo Tote Menschen gesehen? Ja. Nee, Tote Menschen. Auf der Straße. Nein, die Schnauze ricken, du bist tot. Ja, das stimmt. Oh, da bete ich jetzt. Huuuuhu. Hast du vielleicht nicht gehört, wenn ich nicht immer scheine, dass ich tot bin? Ich bin es nicht. Huuuuhu. Ich muss dir ja vertrauen. misstrauisch er einfach ist okay ich bin hier bei dem teich ja ich bin ein computer ich fress ich habe mich erschrocken was war das auf dem scheiß aber wo die sauch der hat sich unsichtbar gemacht ich habe mich getötet und